Los! Gehen wir! Gehen wir! Herein! Hallo! Ich bin Sarah, mir gehört der Laden hier. Wir sind die Geschwister fürchterlich. Wir kommen von wegen der Annonce. Sie suchen doch Masseusen. Könnt ihr denn massieren? Klar, Ehrensache. Also die Ehre lassen wir schön zu Hause und massieren ist das Einzige, was er hier nicht können müsste. Aber wir haben doch goldene Hände. Nackige Busen sind mir lieber. Habt ihr sowas? Ja klar, vier Stück. Sie meint jede zwei. Habt ihr schon mal massiert? Klar, mehrmals täglich. Ich meine massiert, das meine ich. Wenn Sie meinen, dann meinen wir das auch. Was meinst du? Ich bin ganz Zaras Meinung. In einem Massagesalon massiert, meine ich. Die Betonung liegt auf Salon. In einem Salon bisher weniger, mehr in einem Dampfbad. Ja, wissen Sie, Sie meint, wir waren immer unter Dampf. Als Masseusen. Wir sind ja die besten Salon-Masseusen. Wer ist denn das schon wieder? Nee, du schlicht wie weg hier. Weißt du, was das ist? Das ist so ein Dingsbum, so ein Dingsbum, so ein Bums. Begreif doch endlich. Klar, Mann, ich bin ja nicht von gestern, aber hier kann man wenigstens endlich mal Geld machen. Kannst du mir sagen, wie? Reicht nicht zu sein. Das ist Irene, die Sirene. Irene ist der Star unseres Etablissements. Sie wird euch die besten Tricks zeigen. Dann fang gleich bei mir an, Sirenen, Irene. Ich bin die Blondie. Aber nimm dich in Acht. Ich hab auch ein paar Tricks drauf. Herr Doktor Hack, wir haben schon seit acht Tagen auf Sie gewartet. Die Verabschiedung der Wahlplattform und dann auch noch meine Frau. Die Hölle. Ja, siehst du. Wie finden Sie unsere neuen Masseusen, Bella und Blondie? Hallo. Boldene Hände. Und der Rest ist auch nicht schlecht. Was, Doktorchen? Toll, ganz toll. Hack, Otto Hack, Doktor Otto Hack. Bella, Bella, fürchterlich, ganz fürchterlich. Ich meine sehr angenehm. Meine Schwester wollte Ihnen nur zeigen, dass sie für Männer wie Sie eine gute Hand hat. Ich bin entzückt. Sie ist nämlich gelernte Sadistin und nebenbei lehrt sie noch Masochismus. Sie überträgt und überhaupt muss ich jetzt gehen. Wiedersehen. Aber, aber, was heißt hier gehen? Du bist doch gerade erst gekommen. Ganz richtig. Du wirst jetzt Doktor Hack massieren, während Irene und ich uns die neuesten Tricks beibringen. Komm, meine süßes Irene. Ist sie nicht ein super Weib? Ja, mit den beiden Schwestern werden wir noch sehr viel Spaß haben. Also los, Bella Marie, eine schnelle Blitzmassage. Meine Frau wartet. Ist die Folterkammer frei? Für sie immer. Soll ich den Champagner bringen? Den besten. Komm, meine Süße. Nein. Liebe Otto Hack, Sie legen sich jetzt ganz schnell aufs Bett und dann werde ich Ihnen eine Massage verpassen, von der Helmut schön gesagt hat, Sie machen die ganze Bundesliga wieder fit. Du kennst die Spielregel nicht, Schöne Bella. Nicht du massierst mich, sondern ich massiere dich. Und zwar.